... ihre Tanks, in denen sonst irgendwelche Mineralien drin waren oder irgendwelche Zusätze, die für die Landwirtschaft gebraucht wurden, mit Wasser aufgefüllt und dann zum Löschen eingesetzt. Wir werden dies dann nur gleich mit der Prophelle gehen. Vorher aber mussten wir leider noch etwas auf einige anderen Flugzeuge fortfassen, die wir jetzt bei mir auslösen. Das war's für heute, wenn wir jetzt bei mir auslösen, die wir jetzt bei mir auslösen können.